Die Leiche eines zehnjährigen Kindes ist im Großraum Paris in einem Koffer in einem Schuttcontainer entdeckt worden. Nach der 33 Jahre alten Mutter des Kindes werde gefahndet, teilt die Staatsanwaltschaft in Mmeaux am Donnerstag mit. Der Bursche weist etliche Stichverletzungen auf. Der Vater habe seine Frau und das Kind am Mittwochabend als vermisst gemeldet, als er von der Arbeit nach Hause kam und beide verschwunden waren. Die Polizei stellt in der Wohnung in der Ortschaft Ferrières-en-Brie Blutspuren sicher, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Nachdem ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr auch über Nacht mit Hunden, Booten und Drohnen nach dem Vermissten gesucht hatten, wurde der tote Bub am Donnerstagvormittag in dem Container rund 100 Meter von der Wohnung entfernt gefunden. Die Leiche befand sich in einem Rollkoffer, erklärte Staatsanwältin Loreline Perifit. Eine Obduktion solle die genaue Todesursache klären. Ermittelt werde wegen Totschlags, wie die Zeitung Le Parisien berichtet, handelt es sich bei dem getöteten Kind um einen Burschen. Die Mutter wurde als psychisch labil beschrieben.